Adnan Marei, Anna Stieblich, Jürgen Reinke, Josefine Bras, Elia Zimbarek, Ega Feridoni. Gürtchen, Lille! Cem, Jawohl, Foto! Oh, vielleicht mal ohne Kopfdruck. Nee, ist schön. So, warte mal, hier. So, sehr schön. Das sieht so spießig aus. Gürtchen, schön, ich verprede doch. Ja, Leute, ich kann mir in Ruhe, das geht echt gar nicht. Die Ossensweise überrecht gehen. Schnell. Trosti. Ja. Hört die Klappe. Hey, kissen Sie, sind Sie mit Bergen. Kannst du bitte lächeln? Lächeln nicht, funktioniert nicht. Ja, lächeln. Und so bleibst du. So, so könnt ihr noch nicht sein. Die setzt sich mal hier. Ja. Die ist so links, Paulina. Okay. Wie, wie? Geil. Hast du auch noch nicht? So, wie? Wie machen wir das eigentlich? Schau, komm mal. Ey, komm mal. Ey, das sieht total zäuber harmonisch gestellt aus, ja? Echt? Der fummelt mir am Ohr. Der fummelt mir am Ohr. Könntest du bitte irgendwas sagen? Das ist nur seine Art, dir zu zeigen, was ich mag. Ja. Es ist Tama. Drei. Zwei. Cheese. Ich muss lieber. Nee, komm mal jetzt auf jetzt. Doch, ich glaub, ich soll mich hier aufhalten. Also, ich hab schon mal zwei Tage aufgehalten. Boah, ey, genau. Könntest du auch schon sowas wie erzählen? Lena. Mama, der hat nicht angeschrieben. Das war ein deutsches Anschreiben. Und Lächeln. Hat's gewinnt? Ich weiß nicht. Papa, du bist echt zu blöd, die Kamera einzustellen, oder? Okay. Also. Nicht bewegen. Lasse. Sie eins, zwei, eins. Ich nicht. Ja, Moment. Irgendwas mit dem Selbstauslöser. Na, das kommt ja von meiner kulturischen Lichtbauung. Entschuldigung. Ey, hast du es dir mein Vater gesagt? Nee, ach ja. Ich piss mich mal hier ein. Also, jetzt wollen wir uns mal alle ein bisschen gewählter ausdrücken. Okay. Also. Die Kamera läuft. Was sagt man beim Filmen nicht, wenn man Fotos macht? Ich bin stolz auf dich. Muah. Tschüss. Okay. Bis rein. Allerdings. Ich geh aufs Klo. Warum haben wir gar nicht Kinder? Altersversorgung. Oh. Jetzt. Schnell. Komm. Schnell. Schnell. Tschüss. Tschüss. Also Kathi, das musst du dir anschauen. Axel, der hat schon so verhauen. Du musst dir diesen riesenblauen Krater, dieses Feilchen anschauen. Ich bin ja echt nicht schadenfroh, aber... Naja. Ohne Worte. Pass auf. Cem? Ne, was ist hier bloß? Ist jetzt alles geklärt mit dir, Axel? Ja, ja. Bist du froh? Ja, schon. Was ist denn noch? Was ist denn noch? Sicher. Nein, ein scheiß beschlägt wie ein hinterhältiges Mädchen. Der hat nur noch gewinnt, dass er mir die Hand gebissen hat. Er hat es vorgeleid. Nein! Ey Mann, der Kopfkiss ist ganz nass. Das ist Cola. Der hab ich Cola verschüttelt. Siehst nicht gerade so aus, als... Das heißt, du bist ein Typ der Cola verschüttelt, oder? Tja, du kennst mich ja nicht. Komm mal her. Oh, ihr habt ihn gesehen, wenn ich fertig gemacht hab. Los, komm her. Komm her. Au! Mein Gott, stell dich nicht an, diesen Axel. Das ist gar nicht so schlecht für den Schwachmann. Na ja, meine Mutter hat mal eine Rückführung von mir gemacht. Und hat herausgefunden, dass ich in einem meiner letzten Leben angeblich krankere Schwester in der zweiten Welt kriege. Ja, genau. So, das reicht ja jetzt auch, ne? Ich muss dann auch mal. Wo musst du hin? Überlege ich mir auf dem Weg dorthin. Ich schau dir. Ich schau dir. Ich meine, es ist besser, du bist. Du nervst. Schon klar. Hey. Du erzählst es doch gerne, oder? Mhm. Ja. Du bist echt okay, wenn es das ist. Du auch? Ja. 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 Du kannst später vielleicht so Biene treten und ein bisschen lernen und DVD gucken. Ja, naja. Klar und später wollten dann noch, naja, ich weiß schon, wie er es meint und so vorbeikommt. Ich wiederholen sie in der Kämre. Ja, das wäre super. Also, wenn ich es ja nicht vergesse, so, ähm, könntest du ja vielleicht noch Ulrike, ähm, Christine und wie hieß sie gleich? Genau, oder anrufen. Das wäre super. Dann sehen wir uns später. Okay. Bis dann, Imanzki. Ich habe gerade mit einer Freundin telefoniert. Ey, du hast eine Freundin gefunden am ersten Schultag. Sicher, hab ich gedacht. So. Danke. Oh nein, so war das nicht gemein. Ich dachte nur, weil du manchmal ja ein bisschen schwierig bist. Tja, ich bin offensichtlich ziemlich bewegt. Ich bin lange und du entwickelst dich, Schatz, das ist toll. Das ist ganz, ganz toll. Sonst noch was? Äh, äh, trifft ihr euch hier? Ne, wir treffen uns bei anderen. Ich dachte bei Sabine. Ja, du, weißt du, die Sabine, die möchte irgendwann nochmal Anna genannt werden. Also ihr Sprechner. Ja, verstehe, verstehe. Äh, wann war es denn wieder? Du, heute ist es mal egal. Es wird doch immer erst richtig lustig, wenn es dunkel ist und man Flaschentrum gespringen kann. Ah, Flaschentrum ist wirklich nicht mehr. Ich weiß nicht, wenn ich 16 war, wo meine Freundin... Oh Gott, der ist ja nicht die Ulrike. Nicht die Ulrike, die konnte richtig gut küssen. Ich hätte ja damals gedacht, ich wäre lesbisch. Ja, schade, warum eigentlich nicht? Dann hätte ich jetzt ein total entspanntes Leben als Eizelle. Du kannst ja für sich unwahrstehlich sein. Dieter, es kommt jemand, dann geh ich zurück. Ey! Mama! Mama! So bleiben wir jetzt stunden. Moment mal, hast du was für mich ausgemacht, ja? Du hast zwölf Minuten Körperkontakt gestunden. Und wie du das einteilst, entscheidest du selbst. Ob du so eingefahren hast? Fragst du bitte nicht mehr, ob ich masturbiere? Was ist denn? Jan, mach auf! Nein! Oh! Wieso bist du so recht und freundlich zu Jake? Die kann sich gleich an die Preise gewöhnen. Die Frauen wollen halt angenommen werden. Das lernt man doch in jeder Doku. Was du guckst, das sind keine Doku. Das sind Pornofilme. Du sollst aufhören am Schrank rumzübeln machen. Und jetzt geh! Ich werd mich die Preise nicht kriegen. Och, scheiße! Du bist echt der schlechteste Polizist der Welt. Schau doch nicht den Schlüssel so und steckst den Schlüssel drauf. Also Jan, wenn man einmal die Skala zwischen nett und unfreundlich so anschaut, meinst du nicht, dass es da so eine Zwischenstufe gibt? Nur weil du dich verdunst, wie das dritte Schlüssel drauf ist. Selbst noch lange ist es, dass ich meine männliche Stolze auch vergesse. Kapiert, Kaiflaune? Und du glaubst, dass sie sich so ähnlich verliebt? Und was hast du mit dem Kaiflaune? Sie liebt mich längst! Ach! Und ich fülle zwischen dir die Kaiflaune-Diskussion mit dir, okay? Jan! Komm mal her! Komm mal her! Komm mal bitte! Aber vertraust du mir? Jan! Das sind 50% meines Erbguts! Und ich habe bei deinem Geburt noch nicht geschrien als deine Mutter! Vertraust du mir? Ich vertraue dir. Aber jetzt bitte nicht den Südländer-Vortrag, ja? Also, wir sind Türken. Wir sind cool. Zumindest nicht. Aber wir sind wie eine Medaille. Auf der einen Seite sind wir cool. Und auf der anderen Seite sind wir noch cooler. Nein! Auf der anderen Seite brennt das Feuer der Leidenschaft. Das Feuer, warum alle Frauen mit Türken Sex haben wollen. Und es wird Zeit, Jan! Dass du lernst, dieses Feuer in dir zu entfachen. Das Feuer, das alle Frauen... Ah! Genau! Setz dich mal mit hin. Komm, 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 komm! So! Lass dich gehen. Lass deine Gefühle fließen. Was machst du denn jetzt? Und schreib dir, was du für sie empfindest. Was hinter dem Checker steht. Ja. Ja, ich muss gehen. C'est idiot! Ja! Ja! Ich komme noch 50, du. Ich komme noch 50, du. Guck mal hier, die Schilampe. Ja! Warte, ich stelle! Ausfall. Du bist eine Skilampe. Ja, Warte. Ja, warte, warte. Ach, wir fahren schon mal hoch. Ja, 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 ja. Jetzt guckst du deine Schuhe an, ja. Voll die zernlächerte Mose an, ja. Jetzt müssen wir zusammenziehen. Die Dusche ist wahrscheinlich so. Hey! Hey! Wie geht's euch? Grüß dich. Ja. Ciao. Lena. Meine Schwester. Hi. Yadmur. Wie? Yadmur. Yadmur. Und habt ihr euch das Haus schon angehabt? Äh, ja. Schön. Gut. Alles gut. Was ist das? Ist das immer auf? Wieso hast du Probleme? Nee, gar nicht. Es ist eine schöne Farbe. Passt so. 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 Okay. Naja. Ist doch eine schöne Hose. Ja. Na, ich hoffe, es ist ja kein Plan. Wir gehen da so ein Muster unbedingt. Secondary? Ja, klar. Ist das schön so? Ähm. Wieso? Ist auch sowas... Okay. Also wenn ihr irgendein Problem habt, dann sagt es nicht. Nee, nee. Ist schön. Okay, also soll er sich zusammenziehen, ja? Ja. Sieht so aus. Und... Ja. 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 Lass uns mal gucken, wo Papa und Mama sind. Äh. Papa ist. Guten Abend, Kriminalpolizei. Öztürk. Mehmet Öztürk. Ich habe gehört, Sie vermissen Ihren Mann. Ja, aber haben Sie ihn gefunden? Er wollte eigentlich ein neues Tier. Und ich vermute, er hat mitgekriegt, dass Sie eine Mahlzeit vorbereiten und hat sich direkt in die Türkei abgesetzt. Okay, also hallo, ich bin Emil Reinke, ich bin 14 Jahre alt und bin in der Agentur Next Generation. Sehr schön. 14 Jahre alt, hast du schon viele Schauspielerfahrungen gemacht? Ja. Na, hm. Es kommt jetzt ganz froh an, wenn viele halt bezeichnet. Was hast du schon gemacht? Also ich habe mitgespielt in einem Musikvideo von der dritten Generation. Ich habe mit einem Kurzfilm mitgespielt. Es erledigt sehr viel. Und dann... Aber es sind ein paar Sachen, die liegen noch ein bisschen zurückgegangen. Ich kann mich jetzt nicht mehr noch daran erinnern. Aber es war aktuell jetzt wirklich. Warum hat es Spaß gemacht? Ja, es hat Spaß gemacht. Was hat Spaß gemacht? Welche Rolle hat am meisten Spaß gemacht? Naja, es hat Spaß gemacht. Also in diesem Musikvideo von der dritten Generation, geht es darum, dass ein Junge halt so ganz alleine ist. Keine Eltern, eigentlich schon Eltern. Aber alle ärgert ihn so. Und er hat halt immer so... Wird halt immer so ein bisschen ungeschubst von allem. Ist immer so... So ein bisschen introvertiert, kann man sagen. Und es hat eigentlich Spaß gemacht, wenn man ganz anders da ist. Und dann... Ja, da habe ich so eins von die Nase bekommen. Also so hier so hin. Da musste dann so umfallen und so. Es hat schon Spaß gemacht. Okay. Kommst du aus Berlin? Ich komme aus Berlin, aus dem Granzlautberg. Und hast du eine große Familie? Ja... Ja... Jetzt nicht in der... Es sind jetzt nicht alle zu Hause, aber zu Weihnachten zum Bestimmen. Andersen trifft man sich natürlich aber mit der ganzen großen Familie. Wie viele Geschwistern hast du denn? Ich habe eine Schwester hier. Eine neue Schwester. Eine neue Schwester. Eine neue Schwester. Eine neue Schwester. So. Wie alt? Ich ist zwei. Und? Musst du auch öfter noch auf sie ablassen? Ja... Zum Beispiel gestern musste ich sie aus dem Kindergarten abholen. Und sie geht immer jeden... Gestern war Donnerstag... Ne... Gestern war Mittwoch, jeden Mittwoch... Geht sie immer zu einer Musikschule. Da geht sie immer hin. Und dann müssen die da rumhüpfen und tanzen und singen und so Spielsinn spielen. Da musste ich gestern mit ihr hin. Das war eigentlich ganz witzig. Spaß gemacht. Ja... Ja... Du hast es mitgemacht dann mit ihr? Also... Ja... Und ich habe immer mitgemacht. Und das ist immer so witzig. Weil sie guckt sie immer hin und sagt dann immer, du musst es auch machen. Und hier nicht da draußen rum sitzen und so. Das macht schon Spaß. Schön. Also du freust. Du findest es gut? Ich find's gut, ja. Kleine Schwesterin. Super. Was machst du denn gerne? Außer Schaus spielen? Ich spiele die Gitarre. Also ich denke immer so, ich gehe eigentlich irgendwie auf den Lehrer. Also privat ist das alles. Und dann gehe ich immer, wenn ich nach Hause komme und habe schlechte Laune. Oder... Genau, eigentlich immer, wenn ich nach Hause komme, spiele ich erst wenn er 3, 4 Stunden mit Gitarre und so lange. Dass ich mal keine Lust mehr habe. Und dann fällt immer ein und dann schreibt man das auf. Und dann nimmt das auf und so. Ach so, du schreibst eine Lieder? Ja. Und singst du auch? Ja. Kannst du was hören? Ich habe noch einen Freund, der spielt Schlachtzeug. Ich würde gerne was hören. Wolltest du was vorsingen? Oh Gott. Nein. Ich würde... Mh... Können du singen ist jetzt... Ich... Eigentlich müssten wir das jetzt machen, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich Lust dazu hätte. Ich würde gerne noch singen, aber ich habe jetzt keine Lust. Ist überhaupt noch ein Kind zu Hause hier? Ist überhaupt noch ein Kind zu Hause hier? Okay. Ja. Los, läuft schon. Hi. Hi. Mein Name ist Susanne Kirschnick. Ich bin gerade 18 Jahre alt geworden, komme aus Berlin und bin seit Oktober 2005 beim Special Actors Coaching und in der Agentur Tomorrow. Ich habe bereits eine kleine Rolle im Film Knallhart übernommen und habe an vielen kleinen Filmen von der Agentur teilgenommen. Und ja, jetzt bin ich hier und habe leider eine kleine Entzündung in der Luftröhre. Deshalb meine Stimmung manchmal ein bisschen versagt, aber ich hoffe, das wird jetzt nicht so stimmen auffallen. Ich habe die Gruppe der Schulschwanzer nicht bekommen, also wo sind die islamistischen Terroristen? Äh, 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 bestimmt bei Frau Paschoge. Also, kann, weiß ich nicht. Die Schlampe und die non-randische Folgerische gefunden, ey. Kennst du diesen türkischen Lied? Ey, der nennt mich immer Mutter Teresa oder, oder, oder noch schlimmere Sachen. Ich glaube, ich glaube, der ist echt ein Pies. Er ist mit dem Stiefbruder. Ups, Fettnäpfchen. Cem ist einfach nur so ein selbstverliebter, riesen Arsch, der immer so kräftig in den Hintern treten muss, dass... Äh, äh, zu dir ist er auch fies, also... Ey, naja, solche Jungs haben echt nur ihren Körper. Ich bin nicht katholisch. Ich bin evangelisch und Single. Und ich dachte, du bist verklemmt. Ja, ich weiß. Das liegt bestimmt an meinen Schuhen, oder? An deiner Frisur, deinem Ort und deiner Brille. Naja, weißt du, es gibt so wenig Mädchen, mit denen man über Sex reden kann, weißt du, die meisten sind so... ...verklemmt und unreif und hab keine Erfahrung. Ja, und, hey, in der Bibel steht ja schließlich, was wir uns vermehren sollen, nicht? Einmal nicht mithören. Amen. Okidoki. Sag mal, willst du meine Freundin sein? Ich meine, eigentlich ist ja Gabrielea meine Freundin, aber die macht so ein soziales Jahr in Mexiko und... Nein, ist in Amerika. Das ist echt ulkig. Also, dann gehen wir ja beide fremd, oder? Sag mal, hast du was zu essen? Ich meine, ich werd immer so tapsig und zitterig und... Ey, du, letztens in der Kirche bin ich beim Orgelspielen ohmächtig geworden und von der Brüstung gefallen. Ist ja nichts passiert, nur meine Mutti meinte, der liebe Gott hat wieder beide Augen zugedrückt. Apfel? Irgendwas damit? Ähm, äh, ich hab Angst vor Apfel. Also, der ist für den Fall. Du reichst mir nicht. Du, ich bin manchmal so komisch. Dankeschön. Mit mir kannst du echt immer Spaß haben und dir hast immer was gelandet. Jetzt geb ich dir echt zufrieden. Tschüss. Dein Gottes Liebe ist unendlich. Dein Gott, er hat uns alle lieb. Gott ist ein richtig knurker Kumpel. Und ich weiß, dass es ihn gibt. Oh, Regenwürbchen. Oh, Cem. Ich hab gedacht, ich hab auf dich gewartet, ey. Ähm, ach so, ja. Ach, wir waren verabredet. Das ist jetzt ne dumme Sache. Also, weißt du, meine Mutter und... Darfst du über mich? Nein, nur weil... Ich hab schon gedacht, du wolltest mich voll verarschen oder so. Weil... Ich hab irgendwie in letzter Zeit nur so scheiß Erfahrungen mit Mädchen gemacht, weißt du? Du? Ich dachte, du bist so ein cooler Rimp. Pimp. Du meinst Pimp. Bin ich ja auch. Aber auch nicht immer so, ne? Du... Du hast hier ganz blaue Lippen. Also... Oh! Äh... Ich hab auch schon drei Stunden auf dich gewartet. Und... Der Türken vertragen Regen nicht so gut, weißt du? Äh... Ja, dann... Dann gehst du am besten gleich nach Hause unter die warme Dusche und... Kommst du mit? Duschen? Äh... Ach, du kannst uns sehen. Ja, schön. Ne, 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 ne. Ich mach den jetzt richtig fertig, ja. Ja. Guti. Ja, Gott zum Grüße. Ja, gut. Sag mal, äh... Du, äh... Hast du morgens was vorbei? Heute wird zu knapp. Alles klar, morgens cool. Ähm... Sag mal, kannst du ganz kurz geknickt gucken und dann... Ähm... So wütend, als ob dich jemand fertig gemacht hat? Wieso? Finde ich süß. Finde ich süß, ja. Na ja. Vergesst in Mutternacht zu sein. Oh, heilige Mutter Maria Gottes. Puh, puh. Dann haben wir das Wort.